Moin Moin Leute, hier wieder YouTube Gamescom am Start und so. Heute auf jeden Fall eine kleine Modern Warfare 3 Session habe ich mir mal gedacht. Capture the Flag, äh, wir haben mal gemacht Terminal hier. Äh, wir nehmen hier und wir brauchen hier mal die coole AKV 7, P99, Claymore, taktischer Anstieg, Müllerbarer, Attentäter und Todestelle. Äh, Ramon ist heute nicht dabei. Warum? Weil er die ganze Zeit offline ist. Ich weiß nicht warum, offenbar ist er krank oder irgendwas. Aber ich denke mal nächste Woche ist er wieder online und kann natürlich mal wieder mit uns zocken. So, äh, ja, ich bin jetzt hier auf dem Map Terminal und läuft hier noch ein bisschen planlos rum, weil ich noch nichts genau weiß hier. So, äh, am besten gehe ich mal in den Flugzeugbauch hinein. So, das war ein Fehler, dass ich da reingegangen bin. Das war ein Fehler. Ihr seht schon, wer nicht, das wurde. Ich war wieder hier vorne irgendjemand. Das gibt es ja gar nicht. Oh Mann, warum vorne irgendjemand? Äh, ja, ich habe irgendwie taktischen Einstieg dabei, wie ihr ja vielleicht seht so. Kann natürlich diesen taktischen Einstieg sofort setzen und kann natürlich auch eine Claymore platzieren. Am besten hier. ist sehr gut. So, ihr könnt natürlich weiterlaufen hier und natürlich könnt ihr euch hier erstmal umschauen. Wir können gerne, wenn ich passieren kann, hier hinten ist eine Claymore gesetzt. Ich habe einen taktischen Einstieg gesetzt und ein Kollege von mir geht in den Ruger rein und sichert den Raum. Ich gehe nach hinten und guck mal, ob im Flugzeugbauch irgendwas hockt oder rumspielt. Äh, am besten guckt ihr da, da könnt ihr gerne sehen, was da ist. Äh, schießen wir mal hier ein bisschen. So, auf jeden Fall, da ist nichts. Also, wir wollen weiter hier zweite hälfte hier so, da bin ich wieder ja mein taktischem Einstieg nehme ich glaube ich wieder mit ah, den machen wir wieder mit ah, den platzieren wir mal hier oben also ich stehe schon hier in den ersten Feind, aber der will hier schon ran am besten geht ihr in den Ruger rein äh, Schüge rein, das habe ich mich versprochen Mist, so ihr geht jetzt mal in den Flur hier müsste eigentlich gar nicht vorsichtig sein, könnte eigentlich chillig da vorne laufen passiert eigentlich gar nichts ah, Mama mia so, da hinten müssen wir irgendwas einnehmen ah, die Flagge, ich sehe schon ah, die Flagge habe ich schon eingenommen, 50 Punkte habe ich mitkassiert hier oh, da war ein bisschen schneller hier hat er ein bisschen schneller gezogen also, da haben wir jetzt schon mal hier zack, gehen wir unten ah, das haben wir wieder so Leute, ich nehme jetzt mal andere Waffen haben wir mal gedacht, die Amp5 und die LMAB muss auch dabei sein vorerst jetzt hier haben wir noch einen tödlichen Einstieg der natürlich sofort unterbrochen wurde hier so, die waren auf dem Wideranstieg ohpapa, hier ist aber dunkel muss ich aufpassen, dass der schwarze Mann ich komme und mich gleich fickt, äh, vier bis schon was ich meine so, äh, ja erstmal Scheibe einschlagen nach unten wieder ohpapa so sichern wir mal den Raum wollte ich gerade machen, aber da wurde ich schon wieder von der ACR 6.8 eliminiert bin jetzt wieder hier im dunklen Raum ihr seht, und es ist dunkel klar, es ist dunkel da gibt's nichts auszusetzen und ich guck mal auf die Liste so, YouTube Gamescom hat ein Kind und viermal ist er gestorben so, eigentlich, äh eigentlich erwartet man bei so einem Gameplay, dass ich Leute abmürkse aber, ey, es ist nicht alles abmürksen können viele aber verlieren können nicht viele so, das war's schon wieder von eurem YouTube Gamescom auf der PS3 ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten Mal Ramon wird nächstes Mal auch dabei sein bis zum nächsten Mal, ciao so